Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video auf dem Kanal Casincredible und endlich ist wer dabei? El Hikaru! Und zusammen gucken wir uns ein T-Pop-Lied an und zwar ist es von der Sängerin Janine Weigel. Ich meine, sie ist auch halb auch Deutsch. Ihr Künstlername heißt Ploy Chompo und sie ist nicht alleine, Maya rappt dabei. Das Lied heißt Psyko. Da bin ich schon gespannt. Das letzte Lied war sehr farbenfroh, richtig bunt und bin daher gespannt, wie es diesmal ist. Ich habe das Gefühl, es wird das Gegenteil sehr farbenfroh. Ja, glaube ich auch. Und dann würde ich sagen, let's go! Das ist jetzt schon richtig gut so. Reggae? Oh, Maschana! Richtig gut aus, ne? Ja, das ist anders. Also, das Settings ist da, was es war. Und jetzt auch dabei. Genau. Ich weiß es nicht mehr, aber diese andere also hat auch noch einen... Make-up. Oh, das ist richtig cool. Nice settings. Oh, das ist toll. Oh, wie schön. Das ist richtig schön, das ist sehr gut. Das ist richtig cool. Also Musikvideo ist gut. Ja. Ich finde die Brille richtig frech von mir. Die Rote. Ist halt den Boden gehalten, aber trotzdem so dunkel. Ja. Das war's für mich so, was das? Ja. Ja, das war's für mich. Der Kopf ist wahll, aber. Der Kopf ist auf Mai, oder? Ja. Ah so sind wir heute halt zu können. Ja, die auch gut. Nicere Rep. Das ist schon das Freiloch. Ah, schön. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Die beiden lieben. Nee, da ist die Nähe. Das ist ja gut. Oh, das ist gut. Oh. War du gerade echt gut? Oh. Oha. Fans. Ja. Es brennt so die Licks. Holy shit. Richtig cool. Habe ich nie so gesehen eigentlich. Nee, ich auch gar nicht. Nee, krass. Das ist mutig. Geile Schrift. Nice. Ja. Computerwerbung. Cool, auf jeden Fall geben wir Like. Richtig tolles Lied. Das ist ja das zweite Musikvideo von Ploy Chompo, was ich jetzt angehört habe. Gefällt mir echt. Ist eine sehr gute Künstlerin. Ja, bin echt gespannt, was sie noch so in Zukunft rausbringen wird. Auf jeden Fall richtig nice. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Video in die Kommentare, falls ihr mehr T-Pop sehen wollt. Vergesst nicht ein Abo da zu lassen. Hat euch das Video gefallen, hat das ein Like da. Und genau. Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy. Und bis zum nächsten Video. Bye bye. Cheerio. 行 Momentali änner